Zum Spiel dieser Sturmierstrafen. Die Black Panthers auf die Bärs. Es steht logischerweise 0 zu 1. Das erste Tor kann ich aus technischen Gründen euch leider nicht zeigen. Jetzt wieder die Black Panthers. Situation. Schuss. Gut aufgepasst. Vom Kohle, der Bärs. Und die Böhlich. Dann hat was hinter das Tor vom Ampfelsprach. Nicht wirklich. Eine Gefahr. Und... Vielleicht jetzt. Schöne Aktion. Fährt oft das Tor zu. war nicht so einfach wie es aussah, aber der Pupp geht über das Tor, somit kein weiterer Treffer für die Black Panthers. Jetzt wieder die Biers im Angriff. Auch da gut reagiert, aber auch keine wirkliche Gefahr. Jetzt wieder eine Aktion. Nachhelfahren 0 zu 1 der aktuelle Spielstand. Sollte abziehen und da ist der Ausgleich ehrlich gemacht. Und mit so einem Schuss hat man als Gole nicht den Funken einer Abwehrschance. Dann wieder die Biers. Zack. Der Puck geht vorbei, aber trotzdem auch sehr schön reagiert von Manfred Sparer im Tor. Der Panthers. Jetzt wieder eine Aktion. Immer noch ein. Hinter dem Tor der Biers. War das ein weiterer Treffer? Ja, sieht so aus. Und die Black Panthers gewinnen diese letzte Begegnung bei diesem Eishoket-Turnier. Ja. Da war das ein.